Hi, Whip Guitar hier. Schön, dass du im nächsten Trainingsvideo dabei bist. Wir sind jetzt in Video Nummer 3.2 für Anfänger. Wir spielen die Spine jetzt in einer sich vor- und zurückbewegenden Position. Also wir kommen im Prinzip von 3 bis 6. Bund. Die Übung geht ca. 9 Minuten. Und wir legen gleich los. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir haben ein Tempo 40. Ich wünsche dir viel Spaß. Amen. 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 Super. Schön, dass du mit dabei warst bei diesem chromatischen Training. Ich freue mich, dich im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Es geht weiter in dieser Reihe. Wir sehen uns. Bye bye. Das war WIP-Gitarren.